Das heißt, ähm, mit dem Sniper würde ich ganz gerne irgendwo auf eine erhöhte Position, ähm, du wirst mal nach dort. Gut, und du wirst mal hier um die Kurvelinsen und Feldposten spielen, damit uns hier nichts in den Rücken fallen kann. Und dich ziehen wir hier zum LKV vor. Gut. Aliens, ihr seid dran. Ja, da hört von vorne irgendwas kommen. Gut. Kommen wir hier irgendwie hoch? Scheinbar nicht. Ich würde hier gerne irgendwie aufs Dach, aber das funktioniert anscheinend nicht. Begib dich erstmal dorthin. Kannst du vielleicht gleich irgendwie hier auf den LKV raufklettern. Und du wirst mal dich nach dort vorbewegen. Feldposten spielen. Sehr schön. Du bleibst, wo du bist. Dich will ich noch nicht. Dich will ich als nächstes. Pikachu, ich wähle dich. Ähm, du wirst mal nach hier. Gehen wir die Arschlöcher um. Die treffe ich doch den ganzen Tag nicht. Ähm, Entdeckung bitte. Feldposten. Feldposten. Du spielst hier weiter, Feldposten. Gut, dann haben wir das. Den haben wir schon mal. Hätte er mal lieber nicht nach oben geguckt. Stell. Habt ihr was gehört? Stell, ich rieche was. So, der hat sich jetzt zweimal bewegt. Das heißt, jetzt kann er eigentlich nichts mehr tun. Schnellfeuer. Zweimal daneben gehauen. Äh, hier hinten ist doch irgendwo... Gut, der ist da Entdeckung. Ne, da wollte ich wohl einen weiter... Oh, die Maus, die spinnt hier so ein bisschen. Die zittert so ein bisschen hin und her. Das ist doof. Ähm. Komme ich hier nicht auf den LKW? Was soll denn der scheiß? Muss doch hier irgendwie hochkommen. Auf das Dach komme ich bestimmt irgendwie. Ähm, gut. Dann müssen wir erstmal den nächsten nehmen, damit wir hier erstmal ein bisschen aufklären für den Sniper. erstmal mit dem schweren Maxen nach vorne hier, Feldposten. Du sowieso, Feldposten. Und du bitte hier Feldposten. Und du, weil du so schön hier zugänglich bist... Äh, nein. Wir müssen erstmal wieder einmal auf das Sniper wechseln. Spielt es jetzt hier Feldposten. Das dürfte eigentlich nichts gebracht haben. Das dürfte etwas... Nein, das hat uns auch nicht beschadet. Gut. Du weiter vorwärts bis in die Botanik. Feldposten. Jetzt jagen wir den in der Hände mal so ein bisschen. Ähm. Du, bis zu diesem Auto bitte vorrücken. Und dann ziehen wir den Sniper bis nach hier vor. Damit wir dann hier irgendwo mal eine erhöhte Position hinkriegen. Und Feldposten. Da sind welche drinne. Und zwar nicht gerade wenig Hilfe. Ich, äh... Muss... Weg. Weg. Den muss ich mal eben hinterherziehen. Dich werde ich da rüberziehen. Dann kannst du hier Feldposten spielen. So, der ist sicher in die Richtung. Und die drei... Die drei bis fünf haben jetzt hier alles in Sicht. Das hat es jetzt vollgebracht. Nein, der wurde nicht geheilt. Negativschaden sieht anders aus. Gut. Das sieht doch schon mal recht... Jetzt hat der gewechselt. Ruf des Blutes. Da kommen die nächsten... Idioten angeschissen. Aua. Ziel steht noch. Nein, nein. Ziel fliegt. Stehen sieht anders aus. Ihr wollt mir doch absichtlich auf den Geist gehen. So. Du musst ihn jetzt unter Schnellfeuer nehmen. Erstmal hier. Wie daneben? Komm mal rüber hier. So ist das brav. Wie viel HP hat er hier noch? Hallo. Dich will ich. Genau. Da quarkt mich mal ein Kater gerade voll. Ob der nur wieder hat. Feuer auf ihn. Halt ausgeschaltet. Gut. Den sind wir los. Ich wechselst auf den. Benutzt jetzt mal das hier. Von dir hätte ich ganz gerne, dass du... hierhin gehst. Und... ihn dort drin... unter Deckungsfeuer nimmst. Und du kannst mal den hier aus dem Weg räumen jetzt hier. Sehr schön. Das Ding musst du da auch ganz schnell weg. Gut. Nimm doch mal den da auseinander, bitte. Wenn das denn geht, heißt das... Schnellfeuer. Und... Feuer frei. Ja, das... äh... war mir fast klar. Und Feuer. Oh, verdammt. Ach, Ziel verfehlt. 20% Trefferchance. Ach, du Schreck. Das müssen wir auf jeden Fall versuchen. Ziel steht noch. Äh... Begib dich nach hier. Und jetzt benutzt du hier den Feldposten. Hallo. Feldposten war da hinten. Mein Kater quakt hier immer mehr. So, du. Musst ihn jetzt mal stabilisieren. Alles ist gut. Bleib einfach bei mir. Ja, das tut auch. So. Du. Musst nachladen. Dumme Sache. Bin wieder da. Aber du kannst was tun. Und zwar ihn unter Feuer nehmen. Zack und weg. Zack und weg. So will ich das haben. Und du benutzt jetzt hier bitte mal wieder den Feldposten. Ich glaube, mein Kater denkt schon, es ist schon wieder Mittagszeit. Hier ist aufgewacht. Ich bin da. In der Woche heißt das. Oh, Futter. Du ziehst jetzt mal vor bis nach dort. Was macht er da drinnen jetzt? Sie treten den Rückzug an. Das ist schön. Wolverine, geh doch mal nach dort. Und bitte Schnellfeuer, danke. Wunderschön. Den haben wir auch erlegt. So. Er kann jetzt zumindest nicht mehr verbluten hier. Das heißt, du wirst jetzt weiter vorrücken. Gehen wir mal nach dort. Leichtes Plasma-Gewehr. Äh... Gib dich mal nach hier bitte. Dann kannst du dich jetzt mal ums Nachladen kümmern hier. Los jetzt! Du spielst hier Feldposten, damit wir hier sicher sind. Was war das denn jetzt? Ist da drin was explodiert oder ist da ein Muton durchgerannt? Die benehmen sich hier wie der Muton im Porzellanladen. Das geht ja mal gar nicht. So. E-Lin-Aktivität fertig. E-Lin-Aktivität ist fertig. Nach hier bitte. Muletta, Muletta. Muletta geht nach dort. Angelo. Okay. Du wirst dich hier weiter fortbewegen. Da sind die Thin Men. Ach du Schreck. Das könnten vielleicht sogar schon die letzten sein. Müssen wir mal gucken. Ähm... Schnellfeuer? Ne, das wird nix. Wollen wir mal Feldposten. Und du wirst dich mal hier hin begeben. Und hier Feldposten spielen. Nein, ich will nicht stabilisieren. Wie viel Feldposten? Okay. Truppsicht ist was Schickes. Deswegen werden wir jetzt da hinten einen verpoolen. Haben wir schon mal ein weniger. 17 kritisch. Halleluja. So, wir wollen mal gucken, wo jetzt hier der letzte ist. Feldposten. Danke. Ähm... Müssen wir mal mit dir vorrücken. Wenn das denn schon der letzte war, heißt das. Feind in Sicht. Da sind noch mehr. Verdammt. Erstmal hier in Sicherheit. Ähm... Wir gehen mal nach dort. Und... ...